hallo herzlichen willkommen wieder auf eine nächste folge von minecraft der neun der tag glaube ich schon ich will gern heute noch hinten gehen schon raus aus dem kreisen für unsere restung brennst du oder gehst du weil ich will nicht ständig ich kann das sagen an die mine bleiben weil ich sowieso letzte zwei folgen habe ich nur mine gemacht und immer wieder wenn ich mir schon machen aber eben so oft mann sonst würde ich zu langweilig ich bin so zu sagen ein zwerg welche gerne unbedingt so ungern in mine verbracht meistens baue ich nur in häuser in solche untererden für sich über den geil nicht so wie und andere bauen heute so irgendwann würde kühle so versteckhaus bauen wir sind gleich schon da mal sehen wie ich glaube der langberg naja fach haben wir nicht so viel aber okay waaah fuck fucking gripper wie soll war er krieger ohne scheiß Kann mir das irgendetwas fucking sagen? Wach hell! Ey wieso ist es dunkel überhaupt? Ich hab jetzt den Tag. Alter ich frecke gleich wenn es so weiter geht. Ach du Scheiße was ist mir passiert jetzt gerade? Ich weiß selber nicht wieso ist sowas mir passiert. Ähm wo ist es, wo ist es, wo ist es, also man muss es so machen und dann äh Erde? Achs hier, Erde, Erde ist hier. So. Wie ich würde sagen, wir schmeißen das weg. Komplett. Genau. Ey du! Pitz dich! Ganz ehrlich. Ich gehe mehr auf den Pitz schon. Dein Bruder ist mehr auf den Pitz, dann weiß ich das nicht. So. Im Wasser können die explodieren von mir aus, weil die machen mir keine Fasern. So. So. Gut. Erde. Erde. Das müssen wir bauen. Super. Boah. Besser könnte sie wissen. So. Was? Ich werde gerne hier machen. Warte. Ah. Das geht wieder. Ähm. Ähm. Ja. Ich bin erbeten. Ich weiß, ich rede wie behindert, aber er ist. Aber nichts ändern. Leider. Ist es okay? Ja, okay. Hier ist es okay. Alles klar. Alles klar. So. So. Und jetzt bauen wir hier eben warten. Also okay. Jetzt weiß ich. Zack, zack. Hier. Hier, hier, hier. Sieht schon gut aus. Hä? Also hier. Also hier stimmt. Hier. Ja. Jetzt muss ich quasi irgendwie die Info hinbekommen. Ja. Äh. Jetzt weiß ich ja. Facken Dreck werde ich nicht haben. Oh. Ich muss hier wohl bis dahin gehen. Gut. So. Das liegt, das liegt. Das schmeiße auch rein. Das auch rein. Das auch rein. Das auch rein. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das lasse ich. Das weg. Das weg. Das weg. Gut. Schauen wir mal nach hier. Okay. Gut. Das haben wir ja schon. Sehr, sehr kühl. Ach scheiße. Ja. Und was jetzt wir brauchen. Kupfer, da müssen wir von Anfang an schwimmen. Aber schon dabei hatte ich noch nicht Dach gemacht. Deswegen. Äh. Ist das ätzend. So. Ich glaube ich mache mir noch ein Ofen. Okay. Okay. Vorher bin ich noch ein Creeper. Eins. Komm. Mach mir. Zweine. Passt schon. Eine. Zwei. Okay. Okay. Dann müssen wir so nicht schliessen. Sehen. Sechs. Okay. Also so. Scheiße. Komm. Nein. Scheiß. So ein Scheiß. Alter ist der groß. Weil ich spiele jetzt mit den äh Version 1.9. Und deswegen alle die Ofen sind, sehen sie ein bisschen komisch aus. Also. Waren die? Zack. Ja. Gut. Haben wir. Rössentlich macht sich. Ich mache das Schrausch hier rein. Oder teile ich da. Bis auf zwei Teile. Bis auf zwei Teile. Zack. Hier ein bisschen Kohle. Hier ein bisschen Kohle. Und was brauchen wir jetzt? Äh. Dass ich nicht falsch sage. Wir brauchen. Ne. Stopp. Wir haben hier auch ein Ding. Oder haben wir es schon? Ne. Haben wir nicht. Es passt wunderbar. Weil ich brauche uns nur ein Schaufel. Genau. Zack. Zack. Haben wir. Och. Fick dich ganz ehrlich. Gut. Hier haben wir. Das was wir suchen. Und? Ja. Und? 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 Okay, nein, jetzt hier, komm, hier genau. So, was ich will unbedingt machen, wo ist Erde, das ist Erde. Ich will dieses Wasser komplett weg machen. Ich weiß, ich weiß, ja, weil ich nicht zufrieden war. Und es hat gleich mehr. Ich weiß, ich weiß, wie ich nicht zufrieden war. So, na, da. Hey, mein. Okay, ich glaube, das langsam wird nicht reichen. Wenn wir unter der Erde wären, wir bekommen so viel. Ach, hier ist auch los. Hier ist auch los. Toll. Irgendwann, wenn wir unter der Erde wären, wir bekommen so viel. Okay, gut. Wir müssen das verteidigen. Du bekommst so viel. Du bekommst so viel. Du bekommst so viel. Und du bekommst so viel. Du bekommst so viel. Kommt, scheißegal. Schöner ist Glück. So, und wie sieht bei dir aus? Ziemlich gut. Oh na, wir haben eine Erfolg bekommen. Schmied oder so. Schmiedgutzt, genau. Hab ich richtig gelesen. Das ist geil aus. Erft mich auch ein bisschen, aber ja, muss man ja so nicht damit leben. Ich glaube, wir machen ja noch ein Duell. So, passt. So, jetzt geht es weiter. So, jetzt geht es weiter. So, dann haben wir den Ofen. Ja, jetzt gleich, wir haben den Ofen. Ich mache hier ein bisschen, weil ich habe übertrieben Bruchsteine. Ich schmeiße das weg. Das ist weg, das ist weg. Äh, das lasse ich. Das lasse ich als Kalt. So, dann mache ich das rein. Ah, fertig. Gut. Hälfte. Das der hat noch was dabei. Äh, wo ist die? Wo ist die? Da. Gut. Und danach machen wir unsere Hose. Und? Ja, genau. Und dann. Und Helm. Nice. Und Helm. Wuhu. Hey, Junge Helmi. Und Helm. Ja. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich will schauen. Bauen wir ein Schwert. Ja, äh, das geht dann beziehungsweise so rum. So. So. Fertig. Okay. Theoretisch ein. Ah. Wie weißt du das denn? Ja. Kann man ernst nehmen? Aber, Problem ist, wir können sie nicht schla... Also. Vielleicht werden sie gegnern. Ah. Warte, muss ich mal ausprobieren. Später. Und sie werden beide da. Ah. Einmal. Ich brauche den noch. Einmal. Einmal. Spätig. Dann mach ich. Einmal. Gernal. Gut. So geht's auch. Oh, alles. Nice. Äh. Ich hab glaube ich ein bisschen... Bisschen übertrinken mit dem Glas. Aber alles aber jetzt. So. Schauen wir mal. Vielleicht wird den noch nicht. Äh. Eidotig, ja. Soviel Frauen wäre nicht gebraucht. Tja. Äh. Und gleich ist dunkel. Und ich will noch Holz abhacken. Äh. So ein bisschen haben. Dann. Weil ich hab mir überlegt. Dach machen aufs Glas auch ne Scheiß. Nicht äh komplett. Nur. So. Zeig ich euch. Na komm schon. Ich hasse das. So springen uns abhacken. Genau. Komm ich. Das letzte Stück. So. 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 Ja. So. 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 So sollte es theoretisch sein, was ich kann sagen, so sollte es theoretisch sein, aber wenn es so große Türen wird, dann wird es schon okay, muss ich es abbauen, so ein Schlaumeier und unten Das Spiel hat zu kurz geweckt, bei mir, das hat man kurz geweckt. Da machen wir hier so schöne Dinge, zack, zack, zack. Soll das? Soll das? Soll das? Soll das? Soll das jetzt ja? Blöde, aber jetzt noch. Okay. So. Und dann hier. Dann kommt die nächste. Und dann machen wir das noch. Und noch ein Blatt. So. Und dann. Ne, nicht Dreck. Holz. Genau. Ich glaube, das wird so, 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 so. So. Wir werden so machen. Ja, genau. Das kommt hier. Und der kommt hier. So. Na, jetzt dringend. So. Na, jetzt dringend. Genau. Und dann, ja. Also, da macht mir das echt ein. Abern ist hier. Und dann hier. Und die letzte jetzt und dann fertig, theoretisch, so sollte es sein, yay, geschafft, so theoretisch So sollte es sein, ob es so bleibt, das ist so eine Frage der Zeit, wie ich werde das bauen, Holz, 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 Scheiße, also würde ich gerne weiter bauen, aber der da unten muss, wie hier, das sieht ziemlich geil aus, war eine Scheiße, ich überlege, wie mache ich das, weil der ist so, ey, warte, wie geil, das sieht so auf, aus Sicht, Hexe, nicht, Schlecht Hexe, du bist ziemlich hexe, so, ich glaube, wir machen jetzt so, in der letzten Folge werde ich hier Holz abhacken, also so, bald Folge ist vorbei, ich werde Holz abhacken, hier haben wir jetzt die Bruchsteine, Eisen, Eisen, Bruchwerke, Schlaufe, auch nicht, ich brauche trotzdem noch Holz, Scheiße, irgendwas, Scheiße, so, äh, der eine habe ich, so, 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 zack, zack, vielleicht irgendwann werde ich wieder brauchen, ich weiß, bei mir kommt irgendeine Idee und der andere ist so, so, ja, das Beste war das, ja, das wird dann auch latter familiar, gut, äh, das mache ich hier rein, diese, äh, pflanzen, das weg, das weg, das weg, das nicht, diese, äh, das vergibt den vielleicht beim vielleicht, auch nicht auf! Ben! Ähm, ähm, das wie viel, ich可以 noch kurz mal F Livre behaviors nachこう, ähm, das gebe ich noch Essen zu, ja. Na, offen ist das, glaube ich, ihnen so, ja, bisschen Propairscreen, oder, wenn, ähm, was will ich eigentlich noch kurz machen, Das ist kein Essen mehr. Oh, hier haben wir noch Kohl. So, Essen. Erstmal kommt hier. Schaut gut aus. So. Und dann... Gleiches. Kartoffeln. So, da wollen wir was zu essen gehen. So, nein. Ah, ist schon hell. Also die Folgen werden langsam durch. Schön so. Wir haben ein bisschen gerüstet. Schön und gut. Ah ja. Ich hoffe noch kurz, den Tollert rein zu schrauben zu hauen. Genau. Und hier passt. So. Und dann fressen wir endlich was. Gott. So. Und dann laden wir es. Alter, wie ist das? Du kannst nur in Nacht. Okay. Es ist schon Tag, Leute. Ich werde dann sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Tschau.